Der Lübecker LGS ist wieder am Start. Zwei Displays sind noch in unserem Case und welches wird es? Vorletztes Display. Na Jungs? Ja, Dian schnappst du? Ich nehme mir das hinter Röhrfrau. Siehst du, das ist auch wieder hier, das sträubt sich. I believe in you. Das Herz der Karten wird mit dir sein. Wo sind wir ab 25 bis 28? Genau, also nochmal 25. Das wäre natürlich richtig krass, wenn das so ein Doppel gibt der jetzt. Irgendwie so ein Cavern of Souls und die Techstadt und dann freut sich derjenige so richtig. Das wäre richtig cool für denjenigen. So. Da kann man schon gar nichts mehr sagen. Die Anspannung stark. Es muss jetzt lange werden. Es muss liefern. Terminate. Ein Wischka. Nee, das ist nix. Ein Sen. Da hatten wir erst einen von, oder? Ja, erst einen. Feuzenammelgum. Und? Nee. Grand Arbateur. Augustine. Hatten wir auch noch nicht. Nee, den hatten wir noch nicht. Ich finde das Arbateur richtig geil. Finde ich auch. Ich muss es mir nochmal angucken. Das mach ich. Hab ich gemacht. Danke. Und immer noch toll? Ich finde es cool, ja. Das ist ziemlich Predator-Alien-mäßig. Ja, stimmt. So, jetzt geht's hier los. Jetzt wird's heiß. Das Booster wird heiß. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Nee. Needle. Oh. Ich hab gespoilert. Ich hab gespoilert. Nein. Ist das sonst Toffi. Ist aber nichts dabei. Ist aber nichts dabei. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, Schande. So, das ist 27, glaube ich. Ja. Ja. Ich freue mich, dass du so schön mitzählst. Immerhin einer. Let's go. So. So. Es wird wieder heißer. Ja, Schande. Das Booster wird heiß. Es brennt. Es brennt. Oh. Mein Emrakul. Ah. Ist schon ziemlich nice. Nee. Oh. Der brennt richtig. Der brennt richtig. Der Brennt ja Kling ist wieder ein Ausraste. Sehr, sehr geil. Full Art foil. So. Und jetzt hab ich wirklich den Encrypt. Das sei zu öfter Mal, aber... Die Karte liegt bei über 200 EUR, glaube ich. Also das ist schon... Die ist auch teurer als manche Texture Toils. Ja. Genau. Wenn es keine Texture Toils wird, dann krieg die das Case halt. Auf jeden Fall. Also das ist bisher die beste Karte im Case. So, das Booster ist wieder heiß. Lightning Gold. Ne, nicht das bleiben. Haben wir auch noch gar nicht gesehen. Den hatten wir glaube ich auch noch nicht. Finde ich auch ziemlich cool. Ich stehe auf Drachen. Den hatten wir schon. Das war schon das Display. Das war schon alles? Was? Wir wollen mehr? Dann würde ich mal sagen, auf zum nächsten und letzten Part dieses Case Openings. Let's go! Guck mal. kann ich nicht gutbozen. Detelope. Das ist auch das 4 Uhr. Heftiger. Bis zum nächsten Mal.